Hallo alle zusammen, jetzt habe ich wieder vergessen die Pannflöten einzustellen. Ich mache es jetzt einfach hinten dran. Ja, wunderschön. So, ähm... Ne, ich kann eigentlich eher wie Ohrenkrebs, aber egal. Ähm, ja, wir haben echt keinen Plan, was wir in dieser Folge tun werden, zumindest ich nicht. Hast du einen Plan? Ja, dann an der Mobfarm weiterbauen. Okay, dann mache ich das Dach fertig bei mir. Oder brauchst du mich bei der Mobfarm irgendwie? Ne. Okay, dann mache ich an der Mobfarm weiter. Äh, genau. An meinem Haus weiter natürlich. Ähm, ich habe Wolle in der Hand und ja, vielen Dank, dass... Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das wollte ich mal gesagt haben. Und ich kann die Truhe nicht öffnen. Ah, komm mal, seltsam. Ah, ja, ich bin hier so schwerlich im Teamspeak, ne? Grüß dich. Ach, Memo, bist du auch da, oder wie? Ach, nee, nicht der schon wieder. Es ist wieder so ruhig. Hallo? Ha. Ja gut, dann werde ich jetzt mal hier alleine moderieren. Äh, ich habe ein Stück Wolle in der Hand und jetzt ist das aber abgeschnürt. Oh, er leftet erstmal das Game. Aha. Ich bin noch drauf. Okay. Was du da immer machst, aber... Ja, dann gehen wir direkt einfach nochmal rauf. Äh, ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Also zumindest wird es mir noch als online angezeigt. Ja, sicher läuft sie noch. Hab ich denn jetzt... Ja, okay, das Holz habe ich dabei. Warum auch immer ich jetzt runtergeflogen bin. Vorhin war es immer Mario, der runtergeflogen ist. Ja. Kriegst du auch mal in der Ladung. Ja. Wahrscheinlich ist bei mir einfach so eine große Verzögerung drin, dass ich jetzt erst die ganzen, äh, Stellen bemerke, wo ich da eigentlich runterfliegen sollte. Ach. Ähm. Ja. Alter, Memo. Für die. Ja? Memo? Ja. Ah. Ich kann die Craft-Inbench nicht anklicken. Wahrscheinlich stürzt bei mir der Server jetzt gleich wieder ab. Also, ihr fliegt wahrscheinlich gleich wieder runter. Ey, bei Facebook musste ich letztens so lachen, ne? Also, da haben sich welche in den Kommentaren gestritten, ne? Und da hat einer so ein Bild gepostet von diesem... Ihr kennt doch... Wie heißt denn nochmal dieser Film? Äh, ich einfach unverbesserlich. Diese kleinen gelben Fettsäcke da, ne? Ja. Und danach war da so ein Bild von so einem, wo Staub saugt. Und dann der hat da halt... Ja, dann steht drunter, ich bin kein Kommentar, ich mach ihn nur sauber. Ja, ich mach ihn nur sauber, genau. Der ist echt gut. Oh, das ist so alt, der Spruch. Aber der ist gut. Der ist richtig nice. Ich hab mir den voll im Arsch abgelacht. Vor allem, weil da so ein komisches Teil da drin war. Das ist einfach so trocken. Das ist genauso wie The Cake is a Lie. Das ist eigentlich schon so ein Running Gag und kommt überall fast. Das kenn ich gar nicht. Das ist von Porto. So ein Easter Egg an irgendeiner Stelle. Ich hab Porto nie gespielt, ich hab's nur gehört. An irgendeiner Stelle kann man dann so einen Raum finden und da ist so ein Kuchen drin, aber an den Kuchen kommt man nicht ran. Da steht The Cake is a Lie. Und seitdem hab ich das überall immer mal wieder gelesen. Lol. Oh, ich bin schon wieder runtergeflogen. Juhu. Machst du denn da? Ich baue mein Dach. Ja, eine wunderschöne Folge. Auf jeden Fall, weil der Nemo dabei ist, ne? Irgendwie, seit der Nemo dabei ist, schmiert das Server immer ab. Tum sie. Also, Schensch ist ja in Wirklichkeit so ein lebendiger Virus oder sowas. Ja. Ne, ich bin hier, ich bin kein Mitspieler im LP. Ich bin hier nur, um sauber zu machen. Nicht beachten. Ach so. Machst du, wenn das so ist. Dann ist er erst recht ein Virus. Nur Virus zu sagen, dass sie sauber machen. Wirren. Nicht Wirusse. 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 Ja, ich... Alter, da... Ich wurde hier von allem möglichen Zeug gerade angegriffen. Das hat bei mir gerade echt geleckt. Was machst du eigentlich, Mario? Weil mir leckt es dir die ganze Zeit. Ich baue hier gerade richtig hart die Bobfalle weiter. Mach mal nicht zu viele Spawner, ansonsten weckt es vielleicht, äh, instant. Ach, Quatsch. Ja, bei dir nicht. Du bist ja hier, der Babo. Aber bei mir schon. Alter, jetzt sind hier schon sechs Spawner drin. Ja, das reicht aber auch. Meinst du? Ja. Was gibt... Das passt. Ach, scheiße. Wer einfach mal jedes, ähm, jeder Mop solche Emerald-Charts verliert. Ja, das ist echt nervig. Wenn wir jetzt noch hier so ein, so ein, so ein... Was bringen gar nicht Emerald-Charts? Daraus kann man sich Emeralds craften und die bringen gar nichts. So ungefähr, ja. Ähm, wenn wir jetzt hier noch ein Dorf in der Nähe hätten, dann hätten wir eigentlich gar keine Probleme mehr. Dann könnten wir uns Essen kaufen und alles Mögliche, aber... Haben wir nicht. Ich habe hier noch kein ordentliches Dorf gefunden. Nur so ein halbes, äh, was... Wo sich irgendwie so ein Brunnen reingeneriert hat, der das halbe Dorf zerstört hat. Und das war, als ich hier nach dem Baum gesucht habe. Aha, also wir haben keine, keine Electric Stuff mehr. Ich habe ja viel gefunden in der letzten Burge. Achso. So, jetzt pass auf, jetzt brauche ich... Haben wir denn noch einen Pisten hier, weißt du das zufällig? Äh, ja, zwei Stück. Wo? Ich glaube, in der, 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 der Trash-Kiste, glaube ich. Ah, jo. Sehr gut, ich brauche nur einen. Oh Gott, der, ähm, der Vortrag hat mich so geschädigt, ich kriege keinen ordentlichen Satz mehr zustande. Du bist richtig behindert im Kopf jetzt. Ja. Nein, danach noch Französisch. Oh Gott, der Sinn. Im vierten Block am Fre... Äh, also im vierten Block, also in der achten Stunde am Freitag. Bis wie viel Uhr hattest du heute? Bis 15.30 Uhr. Boah. Wir waren zusammen mit dem Latein in dem Russisch-Kurs die einzigen... Was, in einem Russisch-Kurs? Die einzigen Menschen im Haus. Die einzigen Menschen, wirklich. In einem Russisch-Kurs? Russisch-Kurs? Naja, hier... Also, ab der Elften gibt es ja Kurssystem und so. Und also... Nicht schlecht. Vielleicht was wie... Als man sozusagen nicht mehr in die Klassen eingeteilt, sondern in Kurse. Und... Ja. Habt ihr das gerade gehört? Nee. Warte mal. Mach mal nochmal. Ja, mach nochmal, was du gerade gemacht hast. Ich glaub, da muss näher ans Mikrofon drankommen, sonst hört man's nicht. Was macht der da? Da muss näher ans Mikrofon kommen, sonst hört man's nicht. Komm, näher ans Mikrofon. Boah, weh, Mann. Das ist kein echter. Ja, jetzt! Das ist kein echter. Das kommt, also der war halt schlecht. Der war halt verdammt schlecht. Ach, der ist nicht echt? Ja! Hör auf! Hey, er macht aus euren langweiligen Hexenspielen einfach ein geileses Lippe. Ach, Alter, Alter, Alter. Ach, ja. Dein Wichser. Das ist irgendwie, einer der versaut ist. Obwohl, nee, wir hatten schon versauten Folgen, glaub ich. Tja. Aber es kommt schon nah dran. Es, ja, es trifft schon ein bisschen. Jetzt tanzt er ein bisschen mit seinem Arsch. Ich überleg jetzt grad. Was? Ich kann mir echt vor, wie du... Wenn ich das so machen kann, dass das eine bestimmte Zeit lang anbleibt. Der Pisten. Das könnte man... Ach so. Hm. Naja, äh, über... Also ich kenne eine Schaltung, mit der man das machen kann, aber die ist sehr platzverbrauchend. Ja, wie funktionieren die ungefähr? Jetzt brauchen wir auf jeden Fall ein paar mehr Repeater. Oder ich mach hier einfach einen Schalter hin. Wieso kann ich da eigentlich? Und... Das wäre die einfachste Möglichkeit. Ja. Guck mal, die fallen hier runter, das heißt... Ist das gerade die letzte Folge, die ihr dann aufnimmt? Ja, ne? Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon, außer wir nehmen noch für nächsten Montag eine auf. Nein, ihr müsst ja immer aktuell bleiben. Hört auf. Mario, das hast du sogar mir gesagt, wo ich bei dir zu Hause war. Stimmt wohl. Immer aktuell bleiben. Nicht? Weil... Also mir ist egal, von mir aus kommen wir noch eine Folge aufnehmen, aber wir können auch was anderes machen. Oh, hier ist ein Baum im Weg. Ach, wer braucht schon Bäume? Aber gut, jetzt beschweren sich wieder die ganzen Naturschützer. Das ist nicht ernst gemeint. Ähm... Ja. Genau. Aber ich bin gerade so konzentriert. Heute ist es richtig langweilig. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Ich trinke einfach noch ein Stück N, hatte ich die Trink, dann bin ich wieder gut drauf. Memo. Hey, du bist ein bisschen. Was? Was? Okay. Jetzt kannst du losgehen. Mit was denn? Du kannst los, Memo. Mit was? Weiß ich doch nicht. Chips essen. Ich jetzt keine Klamis. Nein, ich muss irgendwas sagen. Es ist egal, ich muss los, Memo. Was was denn? Chips essen. Ich weiß nicht. Ich muss jetzt so... vor dem Mikrofon so eine Tüte Chips aufreißen und die dann lautstark essen. Das ist jetzt deine Challenge. Also soll ich wieder Stimmung reinbringen? Indem du Chips isst, ja. Nee, musst du nicht. Ja, wenn du Stimmung reinwollt, dann einfach nur Memo sagen. Ich mische mich dann die ganze Zeit, aber... einfach sagen dann. Stimmung. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, hier ist wieder ein Baum im Weg. Fuck, 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 fuck. Ich werde, glaube ich, jetzt sterben. Fuck, 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 fuck. Kennt ihr diese... Ich werde jetzt sterben. Hallo, nochmal an alle, ich werde jetzt sterben. Wird er wohl sterben? Hallo? Hat es jeder gehört? Ich werde jetzt sterben. Zweiner der Bers, einer der Bers. Ja, ja, ja. Ja, bis jetzt. Freien, freien, freien. Wird er wohl sterben? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nee, noch nicht. Und tot. Bei mir wird es noch nicht angezeigt. Ja, jetzt. Hallo, bis jetzt. Tot. Ah, von einem Skellikon. Ja, aber das Problem war, ich habe die Mobfarm scharf gemacht und war mittendrin. Und da ist so viel gespawnt, dass ich so... Ja, aber sechs Spawner reichen wirklich, weil sonst kommen so viele Rare Mobs nach kurzer Zeit auch und Slack total einfach. Ja, ja. Weil es gibt ja auch Rare Mobs, die können sich raus teleportieren und sowas. Das muss... Und die sind richtig behindert, weil die können dann manchmal auch Blitze schießen oder explodieren und sowas. Das sind die Blitze. Ja, da schießen die auch mal so Blitze. War so klar, dass natürlich ich nicht mein ganzes Zeug wiederkrieg. Wichser, ey. Ach, Mario, was machst du denn bloß? Da überlebst du den Turm und dann überlebst du nicht mal deine eigene Mobfalle. Ach. Ich muss sagen, ich habe vor den Mobs um einiges mehr Respekt als vor Spielern. Weil die Mobs können einfach einmal one-hitten. Passe, ich kriege so mein Zeug nicht mehr. Ich muss erst die Decke aufreißen. Nein, die habe ich doch so liebevoll hingebaut. Ja, mach. Darf ich, ja. Ja. Wenn du meine ganze Arbeit zu nicht mehr machen möchtest, dann tue es. Geh einfach hinten rein. So, das hat doch schon mal ein bisschen was. Jetzt mache ich noch in die Ecken da so ein bisschen Koppelstone-Treppen. Die Folge ist relativ ruhig, fällt mir gerade so auf. Wir sollten mal ein bisschen mehr reden. Äh, habt ihr irgendwelche Themen? Das ist halt Maximum... Ach du Scheiße. Hilf mir lieber mal hier. Wo bist denn du? Na, hier drüben bin ich. Warte, ich flöte das Schlachtglied. So, okay. Hier spawnen immer mehr. Ja, ich sehe es durch die... Ich sehe es durch die Decke gerade. Also, weil die bei mir gerade noch nicht geladen ist. Ja, warum kommst du nicht einfach raus? Mach mal da vorne das Loch bitte ganz auf. Unten beim Eingang. Weißt du, wo ich meine? Ich habe schon aufgemacht. Okay, ganz auf, ja? So, dass die Mobs rauskommen. Ja, ist auf. Oder? Komm nicht raus? Ja, ich komm raus. Oh, sorry, hab ich nicht geholfen. Jetzt nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Geh einfach raus, ich kümmere mich um die Sachen, ja. Oh, ich komm nicht raus. 300 Werzen. Ich komm hier nicht raus, jetzt. Ja toll, mein Schwert ist jetzt weg. Oh man, jetzt hier nicht einmal was funktionieren kann. Das ist so zum Kotzen. So, jetzt gehe ich hier raus. Verschließe das Ganze erstmal mit einem Wallblock. Weil ich jetzt gerade keinen Wallblock zur Hand hatte. Mann, mein Schwert ist weg. Was hat es denn für... Achso, was ist das? Das Walker Sword. Hä, wieso, hä, wieso, wieso ist das wieder offen? Ich habe das doch gerade zugemacht mit einem Wallblock. Ähm, Hilfe. So, dann mache ich das mit einem Holzblock zu eben. Wenn sie mich lassen, so. Okay, jetzt ist das, mal ein Holzblock. Mann. Ja, finden wir schon wieder. Hast du das von so einem Walker, King? Ja. Ja, krieg mal schon wieder. Du musst das Positive dran sehen, jetzt backst du dich wenigstens nicht mehr in Wände rein. Ey. Du hast es wieder angegriffen. Ach, jetzt kriege ich den Wallblock irgendwie auch wieder. Nachdem ich... Ich habe ein Steak gegessen und habe den Wallblock wiedergekriegt. Das ist auch irgendwie merkwürdig. Lol. Ähm. Ah, wir haben Marble. Okay. Ähm. Ach, hier sind noch neun Stones. Der ist. Nehme ich mir jetzt nochmal so ein Steak Cobblestone mit. Alter, mein Haus verbraucht so viele Ressourcen. Es tut mir leid. Äh, wohne. Ich bin gerade gestorben wieder. Ja, Mario auch gerade. Scheiße, Mann. Äh, 1898 Games. Wie lange hast du noch, Aufnahme? Äh, noch fünf Minuten. Okay. Also, brauch keine Hektik machen. Mann, das ärgert mich jetzt. Ja, warum ist das einfach so weg? Das geht doch nicht. Ach, Moment. Ich habe... Ich habe das Walkersword aufgesammelt, sehe ich gerade. Echt? Ja. Geil. Geil. Es liegt einfach vor... Es liegt vor meiner Haustür. Ja, ich hol's gleich. Danke. Puh, Glück gehabt. Das ist mir so auch gerade alles aufgefallen, weil ich gesehen habe, dass da irgendeine Lila... Lila, äh, Dildo bei mir im Ding liegt. Dildo, ja. Ja, das sieht aus... Standardtexturen sieht aus wie so Lila-Dildo. Geil. Warum hast du die Standardtexturen drin? Äh, weil die anderen bei mir nicht laufen, denke ich mal. Ich habe sie nicht ausprobiert, aber... LOL, das ist Luke Place, LOL. Ich habe mich gekillt. Haha. Ein Opfer. Gibt's keine gute Aufnahme für ihn. LOL. Der ist ein Luke Place. Irgendso ein YouTuber. Achso. Umsogleicherle. Ach stimmt, von dem habe ich auch schon mal irgendwo was gehört. Es ist nicht irgendein YouTuber. Und du hast ihn getötet, du Blödmann. Jetzt hätten die bestimmt, Alter. Hast kaputt gemacht, du blöde Kurs. Das ist komisch, Alter, jetzt echt. Ich habe den echt gekillt gerade. Was ist denn da Aufnahme, ja? Kannst du es beweisen? Beglaubst du mich nicht, ne? Kannst du es nicht bewiesen. Kannst du es nicht bewiesen, da. Nee, ich glaube dir schon. Hast kaputt gemacht, du blöde Kuh. Ach ja, Traumschlussurprise ist schon so irgendwie so eine geile Erfahrung gewesen. Das ist mein Schwert. Goll. Jawoll. So. Ich werde jetzt noch ein bisschen leveln mit meiner geilen Mob-Farm. Aber davor mache ich erstmal die Decke wieder zu. Wir brauchen jetzt nochmal langsam Hexical Diamonds, ey. Ich habe irgendwie gerade immer noch Bock aufzunehmen, aber ich glaube, vielleicht nehme ich morgen nochmal auf oder so, wenn du, hast du morgen Zeit? Ich gehe jetzt mal, ich gehe eben voraus auf. Ach, was mir aufgefallen ist, du musst deine Folgenanzahl mal ein bisschen anpassen, weil du bist, glaube ich, im Moment bei Folge 20 oder so. Also, du schreibst ja mal dahinter, welche Folge das bei mir ist, ne? Ja. Ja, gut, es stimmt halt jetzt nicht mehr, weil du keine Folgen mehr hochgeladen hast. Ja. Und das muss man ja immer nochmal ein bisschen anpassen irgendwann. Ich glaube, wenn ich Zeit habe, nehme ich morgen nochmal ein bisschen auf und vielleicht gleich dann auch pro Tag eine Folge hoch, mal sehen. Ja, musst du entscheiden. Ja. Also, außer du hast was dagegen, weil du sonst mit den Folgen noch jemanden durcheinander kommst. Ist das fertig? Ist das eine Mühlatte? Äh, wir haben noch drei Minuten. Was? Drei Minuten haben wir noch. Boah, hier ist so ein fetter Mob. Ey, nichts gegen Dicke. Ach. Da gab es doch auch mal irgendwie so eine Rama-Werbung, wo die da dieses komische Bratfett dann gepriesen haben, von wegen, und wie schmeckt's, voll fett. Nein, Mama sagt, da ist kein Fett drin, und so. Ach das. Es gibt schon echt bescheuerte Werbung. Besonders schlimm finde ich die Werbung, wo man nicht kapiert, wofür die Werbung überhaupt wirbt. Also, wenn dir einfach irgendwas kommt und dann nur vielleicht ganz am Ende gesagt wird, worum's eigentlich geht, aber wenn man überhaupt nicht verstanden hat, was das damit zusammenhängt, das find ich auch mal so geil. Äh, hattest du zufrieden, eine Iron Pick X? Vorher gehabt? Nee. Okay, ich hab nämlich aus irgendeinem Grund eine Iron Pick X einstecken. Hat wahrscheinlich eins von den Zombies getroppt oder so, keine Ahnung. Oder, äh, Iron, hast du ein ganzes Zeug jetzt wieder? Überleg grad, wie ich das jetzt hier am besten baue. Also, hast du dein ganzes Zeug wieder. Ich deute das einfach mal als Ja. Ähm. So, wir haben noch zwei Minuten. Ja. Hey, bei mir hängt das Server wieder. Ich glaub, ich flieg gleich wieder vom Server. Ah, nee, doch nicht. Gut. Ähm. Problem ist, ich seh nicht, wie viel Damage die bekommen. Äh, was? Ja, weil das Problem ist, wenn ich jetzt den, den, ähm, Piston vorschiebe, dann seh ich nicht, wie viel Damage die Viecher bekommen. Weil der Piston bevor ist. Wenn du auf die, wenn du auf die, ähm, drauf zeigst, dann, äh, siehst du doch, wie viel Schaden die, äh, wie viel Leben die noch haben. Oder nicht? Hallo? Mario, bist du noch da? Ach so, cool, nice. Ein Dreier-Team hat mich gerade gekillt. Alle, alle Eisenschwerte. Ich wusste es, ich bin vom Server geflogen. Ja gut, dann, die Folge ist eh zu Ende, dann beende ich es jetzt einfach mal hier im Titel Screen. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, vielen Dank, dass ihr beide wieder dabei wart. Und, ja, macht's gut. Sag einfach, dass du mich liebst und tschüss. Ja, ich liebe dich und ciao.